Die Applaus, Applaus, Applaus Give me that thing that I love Put your hands up and come to us Give me that thing that I love Put your hands up and come to us Zurück bei Portal 2! Yay! Okay, und wir laufen. Wird das Enrichment Center mit Feuerbällen, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Ah ja, okay. Okay. Wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen einen Würfel. Der Würfel ist dort hinten. Warum ist der so weit weg? So, wir haben einen Würfel. Was bringt der Würfel? Den Ausgang. Yay! Wir brauchen noch einen Würfel. Ah, okay. Ah, okay. Okay. Okay, wahrscheinlich nicht. Hui! Okay. Ha! Gut! Gut! Ich kann das, ich kann das, da-da-da-da-da-da-da. Sehr gut! Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Bandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Hm. Hm. Interessant. Wie spannend. Auf jeden Fall. Du merkst, dass sich nicht einfach hinzusetzen ist? Nein! Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe Ihnen Gott. Okay, wir können hier raus und müssen da hoch. Nirgendwo hinfliegen. Okay, okay, verstanden. Und dasselbe nochmal. Oder wo war der Knopf? Moment mal. Wackern wir gerade her? Ah, hier. Da habe ich noch richtig gesehen gerade. Yay! Hey, ich bin da in der Zukunft. Okay, hallo, Kamera. Ich weiß nicht, wieso ich das mache. Das habe ich in Portal 1 aber schon immer gemacht. So. Ui, wo landen wir hier? Okay, wir haben einen Würfel. Wir haben einen Würfel. Dort hinten ist, wo kommen wir denn dahin? Der ist schon mal da oben. Die Bucke ist ein bisschen arg eglart. Okay, es funktioniert eigentlich, wenn ich hier hinspringe. Jupp. Hat gereicht. Ja, rein. Ja. Muss ich jetzt von da oben springen? Upsa. Hopp. Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stand zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für den Test geeignet ist. Boah, danke, du blöde Kuh, du blöde. Ich bin nicht verstrahlt. Um die Kern-Test-Protokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment-Center erkennt ihr recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Hey, guck, guck, ich bin hier oben. Hallo. Ist super, du hast die Portalkanone gefunden. Und was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Ist meistens so. Gut gemacht. Schieß ein Portal in die Wand hinter mir und wir treffen uns am anderen Ende des Raums. Okay. Okay. Oh, was schickt. Ich schick mich doch nicht so. Ich hätte schon aufgefangen. Sorry. Oh, war leid. Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Wird dich beeindrucken. Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Muss ich mich echt umdrehen? Komm schon. Das schaffst du. Okay, sehr gut. Ich, ich kann... Okay, dreh dich wieder um. Am Geheimtür. Die hab ich aufgemacht, als du dich hingeguckt hast. Und los geht's. Okay. Keine Schiene, die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, äh... Am besten, wir folgen der Schiene. Wir folgen dir. Würdest du vielleicht auch für mich anzugucken? Aber da ist... Da ist ein Turret. Oh nein. Ja, hallo. Wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Weiter, weiter. Hallo. Und dieser armen Turret. Okay, und wo kommen wir jetzt hin? Diese Ladebildschirme dazwischen sind immer ein bisschen ätzend. Die unterbrechen immer das Spiel. Die unterbrechen alles. Ich sollte dir eben mal eine Kleinigkeit erklären. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer gehen. Und sie bringt uns wahrscheinlich um, wenn, äh, wenn sie lebt. Willst du die Aktion abblasen und dich hier hinsetzen? Für immer? Ist eine Möglichkeit. Plan A, hinsetzen, nichts tun. Plan B, da durchgehen. Und wenn sie lebt, dann sind wir schon so gut wie tot. Okay, wir müssen durch Gladys ihre Kammer. Okay. Wir werden sterben hier, oder? Ganz ehrlich, ich will das nicht tun. Ich will da nicht reingehen. Nein, nein, nicht reingehen. Oh, gut, siehst aus. Kein Grund zur Panik. Los, weiter. Aus dem ersten Teil. Wir haben sie hier getötet. Da liegt sie. Da ist sie. Sie war wirklich von der ganz üblen Sorte. Völlig durchgeknallt. Weißt du, wer sie am Ende, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das glaubst du nicht. Ja, das waren wir. Ich weiß, ich wollte es auch nicht glauben. Der Mensch ist offenbar entkommen und seitdem verschwunden. Und dann kam eine Ewigkeit, in der absolut nichts passiert ist. Und jetzt sind wir beide hier auf der Flucht. Tja, das ist so gut wie alles. Nichts anfassen, bitte. Spring! Obwohl, das ist doch ganz schön weit, oder? Ich werde immer noch festgehalten. Das ist super. Du hast kräftig zugepackt. Uns geht's gut. Ganz hervorragend. Ich hab dich festgehalten. So, wir haben hier nichts. Entschuldige, am besten nicht nach unten. Ich will aber nach unten suchen. Kann ich mich loslassen? Nein, ich kann ihn nicht loslassen. Okay, wir haben hier so... Das hier ist der zentrale Kontrollraum. Na, dann rein. Such den Schalter, auf dem Fluchtkapsel steht. Okay? Und sonst nichts anfassen. Also, fass ja nichts anderes an. Schau nicht mal was anderes an. Klar, du musst dich umschauen, um das Wort Fluchtkapsel zu finden. Aber wenn du was siehst, auf dem Fluchtkapsel steht... Wo soll ich da Knöpflöpfel finden? Und schau dir nichts an, außer das Richtige. Du weißt, was ich meine. Siehst du es irgendwo? Ich kann es nirgendwo sehen. Ähm, am besten schließt du mich an. Und ich mach das Licht an. Es werde Licht, so sprache Gott. Ich habe Gott zitiert. Oh, sieh mal, es dreht sich. Seltsam. Ist aber wohl okay, solange es sich nicht nach oben bewegt. Also, Fluchtkapsel, Fluchtkapsel. Oh, er schaltet alles an. Okay, ganz ruhig. Alles Paletti. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Jetzt wird's langsamer. Nein, wird noch schneller. Oh, oh. Power hat eingeleitet. Okay, keine Fahne. Oh, nein. Ganz ruhig bleiben. Wir können sie noch aufhalten. Ähm, äh, es gibt ein Passwort. Das kann ich hacken. Kein Problem. Nein, 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 nein. Ich habe Angst. Mach's weg. Lettuce ist wach. Ach, äh. Nein, gut. Ah, 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 ah. Zeh. Nein, warte, hatte ich weh schon? Schreib das mal auf. Power-Up abgeschlossen. Na schön, na schön, neuer Plan. Verhalte dich ganz natürlich. Wir haben nichts getan. Hallo? Oh, du bist es. Du kennst sie? Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Ich war ganz schön beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hattest. Du hast was? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Wir haben beide vieles gesagt, das dir noch leid tun wird. Aber ich glaube... Nein, die ist der Buttmang. ...und Streit hinter uns lassen. Der Wissenschaft zuliebe. Du Monster. Du bist das Monster von uns? Lettuce, lass mich los. Du scheinst das testen, wirklich zu lieben. Schließlich war es gar nicht so einfach, mich wieder zu aktivieren. Ich liebe es auch. Aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Errungenschaft freigeschaltet, du Monster. Und damit beende ich diese Folge, meine Lieben. Und wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.